Stab da! Stab da! Mütterküpple! Hallo zusammen! Gro, was läuft? Moment mal! Drei Mädchen? Eine Ehefrau? Irgendwas scheint da zu fehlen! Der hier! Oh, da hatten wir ja meinen Jungen! Ich weiß, wie lieb du deinen Vater hast! Na los, sag es! Da, da! Da, da! Natürlich hat er dich lieb, Gro! Man sieht es nur nicht in seinem Gesicht! Oder in seiner Körpersprache! Richtig, Gro Junior? Komm schon! Gro, wir müssen uns unterhalten! Ihre Familie ist in Gefahr! Was? Maxime Lemolle ist aus dem Gefängnis ausgebrochen! Ich komme, mich zu resten, Gro! Wir müssen ihm das verstecken! Es gibt einen Automaten! Mann! Ich liebe ihn! Jeffy! Oh! Oh, la, la! Eh, 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 Luca! Au! Hallo! Das Wichtigste, wenn man ein Ding dreht, ist, müffliche Gefahren zu erkennen! Ah! 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 Ich habe mich selbst, Bettoll! Ah! 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 Woohoo! Ah! Ah! Danke, Ron. Tanker, Ron. Oh! Fire in the ball!